Meine Freunde, Andi hier. Hi. Ich habe letztens zu KLZ und Henning May reagiert und super viele haben gesagt, wow, hör dir mal AMK an, so seine Band, an May Kanterheit. Und ich habe jetzt hier einen Song rausgesucht, der ist mit den Giant Rooks zusammen und das ist ein Cover von Tom's Diner. Wenn dir der Content gefällt, lass mir doch gerne ein Abo da, lass mir doch gerne ein Like, das hilft wirklich dem Channel ungemein. Und ich würde sagen, wir springen direkt mal rein und ich bin so ein bisschen nervös, was jetzt kommen mag, aber let's go. Wer kennt's nicht? Ich glaube, wir warten alle auf diesen einen Moment, oder? Wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch krass. Giant Rooks, by the way, habe ich mal einen Song von gehört, aber bin ich überhaupt nicht viel mit. Wie gesagt, AMK kenne ich gar nichts von. Ich habe, wie gesagt, Henning May auch das erste Mal auf dem Song mit Juju oder Chutu zusammen gehört. Danach mit KLZ zusammen, hurra, die Welt geht unter so. Das ist eine aufregende Sache, ein aufregender Trip gerade für mich persönlich. Oh! Okay, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Wow! Okay, das ist wahrscheinlich das Sänger von Giant Rooks. Ja, kommt mir bekannt vor. Ich dachte schon, wie hart steigen wir ein bei Henning, aber okay. Okay, ja, ja, ja. Wow! Oh mein Gott! Das ist auch so gut wie so mit dem Text, ne? Outside the windows haben wir jetzt Coming in. Dann fährt die Kamera erstmal raus. Kommen wir da rein. Ey, der Sound ist cool. Das gefällt mir. Oh mein Gott. Henning, ey. Was für ein Biest. Ey, geil. It is always nice to see you. Oh! Says the man behind the counter to the woman who is coming. She is shaking her umbrella. Oh! Sorry, das war echt clean. Ich habe eben gedacht so, er hält's aber. Er hält's. Das ist so krass. Und ich finde persönlich, er kann, er ist halt ein Biest, ne? Er ist wirklich estier, die Voice. Aber, ähm, das ist krass, wie lange er auch noch den Ton halten kann. Nachdem er jetzt so, guck mal, der hat die Halsschlag an. Wow! Oh! So clean. Clean. Ziemlich krass. Ich stelle mir auch gerade vor, er lacht so, ne? Ich stelle mir gerade vor, so neben Henning ist es wahrscheinlich krass dagegen irgendwie. Ich meine, das gemeinsam, ne? Aber trotzdem ist natürlich dann, das muss auch ganz schön ballsy sein, da nochmal zu singen. Wobei, er ist auch mega gut. Er ist auch mega gut. Oh! Oh! Bis zum nächsten Mal. Es ist sowas von nice, dich zu sehen, aber auch zu hören. Hemming, es ist krass. Ich finde es heftig. Was für ein Powerhouse. Es ist ein unfassbares Biest. Ein Powerhouse. Es ist heftig. Wenn man ihn so hört, dann denkt man die ganze Zeit, er hat jetzt irgendwie, was weiß ich, wie viele Flaschen vorher so und so getrunken und wie viele Big Packs geraucht. Ich weiß gar nicht, aber das ist, glaube ich, bei ihm. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich will nicht spekulieren, aber ich dachte eben einfach nur, das wäre gottgegebenes Talent, wenn man so möchte. Also schon. Wow. Wow. Wow, echt krass, ey. Das ist wirklich... Wow, wow, wow. Also ich fand das eh schon richtig krass. Junge, 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 was hat er da abgeliefert? Ich meine, auch hier, ne? Chimed Rooks waren hier auch richtig, richtig cool. Und AMK, also ich finde es schon ziemlich nice. Ja, guck mal hier. Ah, es ist schon stark, oder? Ja, ich finde es immer cool, wenn so zwei Bands zusammenkommen oder mehrere und dann Musik machen. Und dann das Endresultat hört sich so gut dann an. Wow, ich finde es stark. Ich finde es richtig stark, ey. Henning May, wow, was für ein Biest, Freunde. Lass mir doch gerne ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat. Lass mir doch gerne ein Like da. Für mehr Content in die Richtung, ich habe da wirklich Bock drauf. Und wow, ich brauche jetzt erstmal Holung, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin da auf jeden Fall dabei. Und bis gleich, euer Andi.